Wien in der Bahn abonnen steht sie er hat geschrieben loskommen da jetzt sie mal einen Finger ach hör auf jetzt da ist unser Spender unser Spender der Daniel die Trantüte die kommt mal wieder ein bisschen oa ja geil das ist meins geil alter Dankeschön Iwan L.P. les grüßen wenn man ändern hier Rucksack ändern Rucksack oh das ist meins oh ja YouTube das ist mein Baby oh ja geil alter geil ach ja du darfst von mir den kleinen Rucksack haben den hab ich extra für dich aufgehoben nee danke dir vielen lieben Dank gibt's jetzt wieder die Kürbisköpfe wie nett ähm der fragt dich was du für einen Sniper haben willst ob du jetzt die äh Mauser Desert haben willst oder die SP66 oder eine VSS ähm Mauser welche Desert oder normale Mauser Desert oh geil oh ich hab ne oh ja geil endlich Night Vision muss ich das Video nicht endlich mal hier heller machen cool danke dann wollen wir auch mal nachts aufnehmen oh das ist meins das ist auch meins verdammt was der uns nicht alles gibt die kannst du haben ne ich hab schon äh nimm sie nimm sie ja geil alter der uhu meins nein du Saftsackpenner oh alter wie viel hat der davon Hacker das nimmt er auch mal ja ich nimm ja schon das macht schon die ganze Zeit püpp 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 alter Military Large Backpack oh alter was lol alter Daniel wie viele Large Backpacks hast du ähm Moment alter geil das ist wie Weihnachten und Osten zusammen eins zwei drei vier Alter jetzt jetzt mach dich auf was gefasst jetzt mach's die ganze Zeit püpp ja oh ja oh ja oh ja ähm der hebt bei mir gar nicht auf weil der es so schnell hinschmeißt ja nicht ey geil ey Daniel das ist cool oder das ist ne coole Nummer dann sterben wir nicht mehr so schnell weil wir so viel Heilung haben ne wir sterben trotzdem schnell aber wir können mal was anderes machen außer ja okay wir können halt diesmal zuerst schießen weil wir ne Sniper haben alter was schmeißt der da alles hin ich komm nicht zum Aufheben kommst du zum Aufheben ja immer deswegen krieg ich nichts bevor sich mein Kreis füllt hast du schon aufgehoben du Arsch komm mal auf genau zusammen aufheben ich hab nicht ein einziges bekommen ja nimm jetzt geht jetzt ja jetzt Alter jetzt schmeißt du die Verbände raus wie die Geier Alter wie viel hab ich denn jetzt 15 ich hab erst 15 bei mir rechts nur noch item wird hinzugefügt item wird hinzugefügt item wird hinzugefügt item wird hinzugefügt ey du gibst uns so viel loot ich verdurste hier gleich geil das ist doch wohl der schönste Tod den ich bis jetzt kennen in Infestation verdursten weil es so viel gelootet wird episch die unbefügt er erhebt mich auf ich dachte ich bin doch ich habe verblendet 23 und Altebieter 15 die drüben so jetzt Daniel wollte einen kleinen Rucksack habe ich gehört ich würde mich nehmen 107 er die Sniper ich freue mich wie ein kleines Mädchen äh wie ein kleines Kind Mädchen sowieso ich kann quitschen wie ein Mädchen Leute ich halte die Sniper an den Hintern tut's gut na penetriere ich dich hart genug oh ja kann bloß den hier machen bei ihm weil ich mich so sehr freue oh ja geheiligt werde dein Name dein Reich komme ähm Daniel VSS oder Mauser Desert Mauser Desert Mauser sagt er Mauser sagt er Mauser Mauser ich will eine Mauser ich will eine Mauser dun 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 ich hatte übrigens auch noch einen Abonnent der auch noch äh uns was geben will Alles Mögliche. So, wer ist das hier? Ich glaube, die Sniper soll da nicht da hinschmeißen. Hoffentlich kriege ich auch Munition dazu. Ivan? Wo ist der schon wieder? Ivan? Was wirst belagert? Stehst du hier? Ivan, rede doch mal. Ivan? Hallo? Ja, keine Ahnung, Leute, was mit Ivan schon wieder ist. So, sorry, Leute, es ist eben Sonntagabend, da stört man mich oft. Also, ich rufe dich die ganze Zeit. Ich rufe dich die ganze Zeit. Ich rufe dich die ganze Zeit. Ja, ja. Sorry, tut mir leid. Ich kann es nicht ändern, dass es Sonntag kalt, weil ich sage, ist es. Munition dafür die Kriegste von mir die Komponente Alter ich verdurste ich muss schnell was trinken gehen und ich habe eine M107 Leute ich liebe die M107 Prozent einfach nur alleine wegen dem Sound und die macht schön der Mädchen die Mauser deshalb ist halt auch geil allein schon wegen dem Tarnmuster weil sie die einzige Sniper ist mit Tarnmuster und mit der Blazer komme ich auch ziemlich gut zurecht habe ich was zu zu finden nein natürlich hatte ich war nichts zu erzählen was dankeschön da gibt es noch ein paar andere Waffen alle natürlich kann ich kann ich den Laser anfügen und kann ich was so für die Sniper auch noch Munition für meine natürlich ne ich meine ich nicht ich meinte ihm das kriegst du von mir Daniel ja aber wenn er ein bisschen hat dann kann er ja schon mal so ein Magazin geben kann ich nicht alle Antibiotika gleichzeitig doch kann ich noch eine FM alles reinschmeißen hier und einen Rucksack gleich wieder mit rausnehmen oh ich verdurste und fange ich hier noch so was nehmen wir denn wir nehmen einen kleinen Rucksack Rucksack ändern wunderbar ja Leute die Folge ist ein bisschen ruhiger ich entschuldige mich deswegen aber 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 die Vorbereitung muss sein ihr wisst Looten tut man nicht von heute auf morgen gut durch PvP vielleicht schon ähm ja ich muss ooooh mir hat er auch schon ein paar Waffen noch gegeben cool oh und ich hab nur einen kleinen Rucksack auf ich will immer schnell wieder meinen Rucksack ändern Moment hab nicht damit gerechnet jetzt darf ich wieder zurückrennen meinen Rucksack wieder ändern oh Gottes Willen das ist ja wie hier auf der Autobahn und Daniel ich entschuldige mich hoch und heilig dass ich hier immer wieder zwischendrin kurz weg bin und ah es ist einfach nur der Wahnsinn das ist ziemlich ärgerlich grad bei mir alles hier und so ich glaub du verstehst das ich muss auch schon wieder zurückrennen ach so warte mal und jetzt wieder rennen oh wieder rennen oh ich muss mir sofort was zu trinken kaufen ich verrecke ich hier wirklich und ich bin jetzt voll geladen ich muss jetzt wieder auspacken du bist voll geladen? ja dein Ernst? womit? pass auf jeder andere kommt hier hinterher ja du kannst mich mal kreuzweise Arsch 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 eine Honeypatcher ja geil dann hat er mir auch gegeben ich mag ihn ich mag ihn sehr ja Mainz wo hat ein ganzes Geld das Gold ist es noch was ist ein anderes Kürbiskopf hat mir auch gehen oder schreibt wenn ich noch pvp eh hierauf Jokka jetzt gibt er mir auch noch Patroner zu ihr wie toll ist das denn oh ja jetzt Hagels Munition jetzt Hagels Munition ah der weiß dass ich was zu trinken brauche wie geil ist das alter ja wie geil ist das denn das kommt wie gerufen weil ich verrecke mich hier und verdurste nur cooldown ist aktiv ich helfe dir gleich cooldown oh Leute das ist wie sagen wir mal Weihnachten wenn ihr Konfirmationen oder sowas habt da kriegt ihr auch Geld in den Arsch gesteckt bis zum Abwinken da werdet ihr gestopft wie ein Truthahn zu Weihnachten nee zu Thanksgiving alter geil alter das ist ja geil und am Schluss heißt es wieder wir hacken sorry das ist ja zu lange dauert hier die ganzen Medikamente muss man ja immer einzeln anklicken nein äh shift rechts klick naja jetzt bin ich auch schon fast so weit dann kannst du dir eine Zahl eingeben und dann hast du automatisch wer gelacht wenn ich hier verreckt weil ich verhunger so er packt jetzt aber nicht noch mehr ein oder das uns geben möchte das wäre nämlich krass übertreten nicht dass ich damit ein Problem hätte Spursung Munition ja deine ich hab ne oh deine schaut aber auch gut aus ja nur ohne Muni ist sie wertlos das ist Wurst ähm du kriegst von hier was für Munition braucht die äh weiß ich jetzt gar nicht äh ich glaub Winchester oder oder war das für die Blazer ähm weiß ich gar nicht aber ich hab acht Magazine für meine warte mal eben ähm ähm äh steht nichts hier nichts da ach hier äh doch äh 30 äh 308 M ja gut da hab ich was 308 M brauch die ja Daniel heb das mal auf ich glaub das könntest du gebrauchen ja genau kriegst du dann später von mir also noch viel mehr weil ich hab noch ein paar Ingame Dollar ich weiß gar nicht wie viele wie viel hab ich denn wo seh ich das gar nicht gut vielleicht seh ich das bei dem Typen wie viel Ingame Dollar nein seh ich auch nicht bei Ihnen ach hier kann man nicht nachladen ne nein nicht in der Safe Zone ich brauch was zu essen ich würd auch gerne am liebsten damit rumballern ich tue die Sniper jetzt wegpacken weil ich hab Angst dass ich die verliere oder so ich hab nicht mehr zu essen oh Gott ich stelle jetzt echt mhm warte ich geb dir was hier hier komm ja komm komm putt 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 der Boot putt 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 oh ich könnte mir auch mal Antibiotika reinpfeifen wir haben ja so viele bekommen so Antibiotika jetzt geht's wieder macht der noch weiß nicht ey Bishop oder anders gesagt Cowbeck ähm was machst du was ähm bist du AFK du stehst da wer eine Statue Statue ja mit zwei E ah ne er ist da ok der lagert jetzt aber nicht noch mehr Items ein jetzt bitte nicht oder das wär jetzt echt Hardcore ja Daniel voll equipt hiermit oh geil du doch die nimmst du aber nicht zum Spielen mit oder die Mauser der Satt die lässt dich schön sieh das hier erstmal zu Hause ja ich auch ja ich pack's immer ne er füllt seinen Rucksack auf schreibt er ich brauch ne Waffe in die Hand sonst fühl ich mich so nackig weißt der ja eine brauche ich auch was nehm ich denn da ja in der Safety kann ich ne schöne Night Stalker nehmen 4 oder ne ich fühl mich mit Night Stalker unsicher ey Leute ich nehm ne Nagelpistole das ist es ne schöne oh ne die M100 ach oh geil so ich nehm keine Waffe in die Hand bin nackig ich hab ne Machete ich hab n Hammer ich hab auch nen dicken Hammer bloß mein Hammer ist härter träumen weiter ja man wird doch wohl noch träumen dürfen und heb und heb ähm Daniel was sagt die Zeit bestimmt 20 Minuten oder ähm hab ich jetzt nicht mit gestoppt aber wir könnten ruhig hier einen Schnitt machen und äh er gibt es ja ne ja lass uns mal hier einen Schnitt machen und wir sagen danke fürs Zusehen Leute so 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 funktioniert das da danke ich herzlich dafür daher rennt schon wieder weg danke fürs Zusehen wir sehen uns im nächsten Part 2 in Festation so ein paar Stories sagen wir würden wie immer mit von der Partie sein denn ohne ihn geht nicht genau und tschüss sag ich auch und vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal klopft klopft l sph